Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Kämpfende Käfer! Kämpfende Murmeli! Kämpfende Murmeli! Essende Schnecken! Megaherzig! Von oben. Aber wenn man es von unten anschaut, wünscht man sich, man hätte es nie gesehen. Ein Aff, der mega gut Ping-Pong spielt. Und hast du gewusst, dass Hühne noch schwimmen können? Ich nicht. Aber ich habe heute auch kein Wäschmittel in meine Wäsche. So, ich hoffe es hat gefallen. Das ist jetzt fertig und sehen wir es am Freitag oder so. Tschüss! Jetzt bin ich. Ich bin.